Ein gepflegtes ca. 450 m² großes Büro steht hier zum Verkauf. Es befindet sich in Tilmen. Das Haus wurde 1989 erbaut. Beheizt wird das Objekt über eine Gaszentralheizung. Das Büro verfügt über einen Keller. Den Kaufpreis dieser Immobilie erhalten Sie auf Anfrage. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017